UNTERTITELUNG Nach den Maßstäben der schwarzen Pädagogik müssen diese Kinder alle bestraft werden. Auf die grausamste Art und Weise. Mit Handyverbot. Übrigens, das ist der Stefan Schwab, Psychologe. Oh, der V-Pfeiler von Rosenheim. Dach ich? Was ist das? Cold Peacemaker Kaliber 45. Was bist du eigentlich für ein Pfarrer? Einer der beiden trägt den Namen Johann Gottrold. Und wenn sein Name in einem Märchenbuch steht, dann sollte man ihn eigentlich direkt behaften. Ich bin Psychologe. Ich kann Ihnen Übungen für Entspannung geben. Ich will eine Erklärung für das alles. Ich versichere dir, manche Dinge kann man nicht erklären. Schwab, jetzt verlassen Sie umgehend mein Büro. Ich kann gehen. Aber die Schauermärchen bleiben noch eine Weile. Hey, Arschloch! Arschloch! Es beginnt! Können wir Sie vielleicht nach Hause bringen? Nee, danke. Ich bin mit dem Besen da. Andreas Kom repeats отс見 her. Zehn, Dschuss sube. Ich bin mit dem Besen aus, »: VerseКon Captain feature in 0.11 nicht,